Am 10. August 2020 um 2.45 Uhr Ortszeit riss eines der 8 cm dicken Stahlseile des Arecibo Teleskopes in Puerto Rico. Die Aufhängungen schlugen auf die Schüssel und beschädigten diese schwer. Das Arecibo Weltraumteleskop war das zweitgrößte Radioteleskop der Welt und lieferte uns ein Weltbild. Es schaute, so hieß es, ins All, beobachtete Kometen und Asteroiden und schoss Bilder von anderen Planeten wie der Venus. Es lieferte also Ideen von der Welt, Konzepte, formte in farbenprächtigen Darstellungen das, was wir dann als kosmische Realität begreifen. Warum spreche ich heute darüber? Nähern wir uns von einer anderen Seite, es ist vielschichtig. Was ist eine Allegorie? Eine Allegorie ist eine Darstellungsform, bei der abstrakte Ideen oder Konzepte oder Botschaften durch konkrete Symbole, Figuren oder Handlungen veranschaulicht werden. Dabei werden diese Darstellungen so gewählt, dass sie eine tiefere Bedeutung oder sogar eine verborgene Botschaft transportieren. In meinem grünen Buch, Alltägliche Wunder, widmete ich mich diesen Gedanken und kam auf die Idee oder untersuchte die Idee, dass Ereignisse in unserer Welt Serien unter Umständen tiefere Bedeutungszusammenhänge und Vernetzungen haben. Im folgenden möchte ich darauf eingehen, dass der Unfall des Arecibo-Weltraumteleskops eine Allegorie darstellt. Man kann ihn verstehen als ein Ereignis mit mehreren Bedeutungsebenen. Auf dem beigefügten Bild sehen wir das zerstörte Arecibo-Weltraumteleskop. Die Stahlseile sind abgerissen, die Aufhängungen heruntergefallen, die Schüssel teilweise geplatzt und gibt den Blick frei auf den darunterliegenden Wald. In der Spiegelung des Himmels zusammen mit der Durchschau auf den Wald entsteht fast so etwas wie eine konkave Weltkugel in der Schüssel selbst. Also ein Bedeutungszusammenhang auf das, was geliefert wurde, Weltbilder, das verkörpert die Schüssel selbst nun in diesem Foto. Sehr interessant. Ja, und dieses Weltbild ist also zerstört worden durch den Unfall. Wir erinnern uns, das Jahr 2020 ist jene Wendezeit, in der durch die Viruskrise tatsächlich das Weltbild verkehrt umgekehrt würde. Wir sind seitdem, sage ich, in einer Wendezeit, in einer Zeit des Umbaus. Wir haben in dieser Zeit gesehen, wie der Einfluss der Massenmedien enorm dazu beitrug, politische Entscheidungen und die Steuerung der Menschen über Informationen zu bewerkstelligen. In meinem älteren Buch Der verborgene Plan bin ich darauf eingegangen, indem ich auf den Gleichschwung von Information und Objekt abgestellt habe, als ich eine Satellitenantenne mit aufgedrucktem SATAN, Satellitenantenne abgekürzt SATAN, abgebildet habe. Manch einer könnte hierinnen erkennen, dass Information und Materie sich vereinigen. Andere würden es eine Synchronicität nennen. Beide jedenfalls liefern uns Bilder der Welt, strahlen virtuelle Welten in unser Haus, die dann in unseren Köpfen zu Realitäten werden sollen, programmieren uns, installieren Ansichten, Meinungen und Überzeugungen in uns, die dann in einem Schöpfungsprozess rückgespiegelt tatsächlich Realität in der Welt werden. Es ist aber nicht nur so, das Bild ist größer, es ist nicht nur so, dass dieser Unfall am Weltraumteleskop, sagen wir, das Zerschlagen einer alten Welt symbolisieren würde. Es geht noch weiter. Mit meinem Weggefährten und Bruder im Geiste, der leider viel zu früh verstarb, Götz Wittneben, drehten wir und veröffentlichten ab dem 27.03.2020, also beginnend mit der großen C-Krise, eine von insgesamt dann elf Folgen, die diese herausfordernde Umwälzungszeit begleiteten und aus mehreren Perspektiven beleuchteten. Wir nannten sie die Truman Show. Ein Verweis darauf, dass die Weltbilder zerstört werden, erneuert werden. Dass wir uns als Gesamtes auf dieser Erde wie in einer Truman Show befinden. Wir erinnern uns, Jim Carrey spielte damals in diesem 1998 veröffentlichten Film einen Protagonisten, der sich in einer von ihm für real gehaltenen Welt befindet, die komplett inszeniert ist. Er ist in einer Art künstlichem Terrarium, wird beobachtet, befilmt und weiß von all dem nichts. Seine Welt ist eine einzige Kulisse im Sinne Platons zum Beispiel. Ich bin vor der Viruskrise auf diese Dinge in meinem Buch Der verborgene Plan, äh, Kulissenriss, Kulissenriss eingegangen. Es sind alte philosophische platonische Gedanken. Der Kern dieser elf Sendungen bestand immer darin, nach der Wahrheit zu forschen. Was ist wahr? Was wird uns vorgemacht? Was ist Lüge? Und wie geht es weiter? In was für einem Kabinett leben wir hier? Sind wir Teil Statisten einer riesigen Show? Wenn es eine Show ist, wie viele Ebenen hat sie und wo endlich ist die Wahrheit? Das waren die Grundgedanken von unseren Sendungen. Und wir haben das Alltagsgeschehen, was uns offenbart wurde, apokalyptisch offenbart wurde, interpretiert. Und nach und nach erkannten wir, dass uns so war, als hätten wir die ganze Zeit unter einer riesigen Glocke gelebt. Eine Glocke, die uns Realität vorspiegelte, ganz so wie es Jim Carrey ging. Ich habe zu Anfang gesagt, der Unfall, das Herunterfallen der Aufhängungen, das Arecibo-Teleskops sei eine Allegorie mit mehreren Ebenen. Was meine ich, wenn ich jetzt in Bezug auf die Truman Show davon rede? Es gibt diesen Augenblick im Film, als Jim Carrey erkennen muss, er lebt nicht länger in einer Illusion, ganz so wie wir Menschen das im Jahr 2020 erkennen mussten und unsere Weltbilder zerstört wurden. Im Film Truman Show ist es der Augenblick, als Beleuchtungsinstallationen von der Kuppel seines für wahrgehaltenen Himmels herunterfallen, ihm vor die Füße fallen. Sieht man einmal davon ab, dass es von einem vorbei oder übergeflogenen Düsenjet stammen könnte, der nicht da ist in Jim Carreys Welt, bleibt letztlich nur eine einzige Schlussfolgerung für ihn. Ab da beginnt er in einer Art persönlichen Heldenreise sich aufzumachen und die Grenzen seines Universums zu erkunden. Ahnst du es, lieber Zuhörer, Zuseher, worauf ich hinaus möchte? Was für Jim Carrey das Herunterfallen der Lampe der Beleuchtungsinstallation von der Himmelskuppe ist, ist für die Menschheit Versinnbildlicht ausgedrückt. Das Herunterfallen der Aufhängungen am Weltbildliefernden Arecibo Weltraumteleskop, das in einem sinnbildlichen oder synchronistischen Prozess abgerissen ist und das Teleskop zerstörte, das die Weltbilder lieferte. Für mich selbst ist es ein kleines Wunder und eine Art Funkfeuer, auf dem ich laufe, dass wir im Frühjahr zusammen damals, Götz und ich, diese Serie Truman Show nannten und ein halbes Jahr später, wir haben es leider damals nicht bemerkt, dieses Weltraumteleskop zerstört würde. Wir könnten nun darüber reden, ob eine weitere tiefe Wahrheit in dem Unfall, wie in der Truman Show, verborgen liegt, dass wir alle unter einer Art Kuppel leben, wie es in einer US-amerikanischen Fernsehserie Under the Dome angedeutet wird und die damit versinnbildlicht, dass im Grunde alle Menschen auf der Erde auch unter einer Kuppel von für wahr gehaltenen Annahmen, Weltbildern gehalten werden, dass diese Erde so etwas wie ein stark abgegrenzter Bereich ist und nicht etwa inmitten eines unendlichen Universums als Staubkorn fliegen würde. Und in dem Moment, wo wir über neuzeitliche und moderne Fernsehserien reden würden, müssten wir im gleichen Atemzug dann alte Weltbilder der Griechen, Navajo, Babylonier, Meser, Japaner, Perser, Wikinger, Inder, Mayas, Inkas, Juden, Australier, Chinesen, Kelten, Sumerer, Römer und so weiter heranziehen, die ebenfalls von einer Glaskuppel über unseren Köpfen gesprochen haben. Interessant, man weiß, ich habe eine gewisse Liebe für deutsche Sprache, dass unsere Vorfahren das, was wir heute Himmelszelt oder Sterne nannten, mit Nachtgefunkel, ich rede in meinem Deutsche Seele Vortrag darüber, über tiefere Sprachwahrheiten und Ebenen in den Worten, die dort ja wie kodiert sind. Sie nannten es einfach neutralen Nachtgefunkel und das ist ein sehr analytischer Begriff, der sich auf kein Weltbild festlegt. Man schaut nach oben, man sieht, dort blitzt es hell und nennt es nächtliches Funkeln, Nachtgefunkel. Damit ist aber kein weiteres Konzept, keine weitere Annahme verbunden. Wir haben auch andere Worte in der deutschen Sprache. Himmelszelt. Himmelskuppel. Ich spreche in diesem Zusammenhang, aber das bringt uns jetzt zu weit und sprengt hier den Rahmen. Immer vom Krieg der Worte. Welche Worte werden neu eingeführt? Ab wann haben wir es damit zu tun, dass der Sternenhimmel als gebräuchliches Wort eine Karriere nahm? Sicherlich ist es schon sehr, sehr lange her. Damit werden dann Vorstellungen und Bilder, so wie das Arecibo-Weltraumteleskop diese per Bild liefert, in die Gehirne gegeben. Unser Verständnis für sinnbildliches, bedeutsames oder symbolisches Geschehen wird uns weitestgehend aberzogen und durch eine positivistische Deutung und Interpretation der Welt ersetzt. Heißt, es ist nur das wahr, was im Sinne von Wissenschaft wiederholbar und beweisbar ist. Nur Materie liefert den Beleg für tatsächliche Existenz und so weiter. Das materialistische Weltbild. Unsere Einblicke in Vernetzungen, Zusammenhänge, in mystische und magische Bedeutungen wird uns aberzogen. Warum? Damit einher geht ein Gefühl von Unaufgehobenheit, von Verlorensein, von Zufälligkeit und Beliebigkeit in dieser Welt. Wir haben keinen Platz mehr darin. Es ist egal und gleichgültig, ob das Menschentier dort eine Zeit verweilt oder nicht. Das ist die Brutalität des Darwinismus, der auch die Steilvorlage für mehrere Weltkriege in philosophischem Sinne lieferte. Der Blick hinter die Kulissen, hinter die Kuppel, hinter die Pappmaché-Wand der Truman-Welt, ganz am Ende des Filmes, eine Allegorie übrigens auch auf den sehr modernen Holzschnitt, der auf die Mechanik des Himmelsgewölbes verweist, bringt uns zurück in eine bedeutungsvolle, zusammenhängende, wohlbedachte und schicksalhafte Welt, in der wir aufgehoben sein können. Das ist dies eine Welt, in der wir wieder einen Sinn haben, einem Ruf folgen, eine Berufung haben. Statt Zufälligkeit haben wir einen vorhergesehenen Platz in der Welt. Ist es so, als sei das Ende des Buches schon geschrieben und wir lesen uns mit unserem Leben durch die Seiten, wir erleben das, was uns zugedacht worden ist. Wir Menschen leben alle in unserer Truman-Show und uns sind die Beleuchtungskörper vor die Füße gefallen. Wohlan, es ist alles geschrieben. Lesen gehen wir weiter voran. Im Gedenken an den hier fehlenden Götz mitnehmen. Das weh, wenn ich nicht so, dass die Beleuchtung, wenn wir es nicht so gut gehen. Man kann sich auf das Beleuchtungskörper, wenn wir die Beleuchtung 오면,